Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zum ersten Tagebuch oder richtigen Tagebucheintrag für das Shallow Reef, für den Acryltank und ja, es ist einiges passiert, es gab viel zu tun, es gab viel zu erkunden bzw. zu lernen, umzusetzen und ja, ich gucke mal, ob ich das heute hier so in dem Video alles so rüberbringe, wie es auch tatsächlich war. Also, bleib dran, bis gleich. Ja Leute, drei Wochen steht dieses wunderschöne Becken jetzt hier und ich habe jetzt mittlerweile meine Erfahrungen damit gemacht. Es ist sehr schön anzusehen, definitiv, also Fakt ist, ich bin mega happy, mega zufrieden, das Becken ist wirklich, wirklich gut gelungen, der gesamte Technikaufbau funktioniert, ich habe keine großen Probleme gehabt, hier und da ein paar Kleinigkeiten, komme ich nachher mal drauf zurück und ja, dafür, dass das so schön aussieht, muss man auch im Endeffekt einiges tun. Das kann ich euch schon mal vorab sagen. Ich hatte auf Insta eine Umfrage gestartet, was soll ich in dem nächsten Video an Infos bringen bzw. an Themen bringen und ja, es kam leider nicht so viel zurück, aber ist okay, es ist Insta, die Leute gucken, schreiben nicht viel, das ist nochmal so. Aber die meisten, die geschrieben haben, wollten wissen, was ist es für ein Pflegeaufwand, dieses Becken hier so clean zu halten, dass es im Endeffekt auch so bleibt, so schön aussieht und dazu kommen wir im Prinzip jetzt. Ja, der Pflegeaufwand bei so einem Becken ist grundsätzlich nicht zu unterschätzen. Aus dem ganz einfachen Grund, man muss dranbleiben, man soll dranbleiben, weil ansonsten es wirklich recht arbeitsintensiv wird und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es vielleicht auch ein kleines bisschen unterschätzt, aber nutzt nichts, der steht jetzt hier und der soll weiterhin so gut aussehen und so schön laufen, wie er jetzt läuft. Von daher ist der Pflegeaufwand notwendig und ich muss mich damit abgeben. Heißt nicht, dass ich das nicht machen will, aber Fakt ist, ich hatte mit nicht ganz so viel Aufwand gerechnet. Aber okay, mühsam erledigt sich das Eichhörnchen. Fakt ist, die Pflegematerialien, die ich einsetze, sind einmal die Empfehlungen, die von New Wave, von Florian Schuram selber kommen. Und zwar ist es einerseits das von ihm zur Verfügung gestellte Material. Wir haben hier im Prinzip einen Kratzer, den gibt es in verschiedenen Längen. Original ist hier diese blaue Kunststoffklinge drauf. Mit der kann man schon mal sehr gut arbeiten. Das ist schon mal nicht schlecht, aber die ist auch irgendwann nicht mehr so hundertprozentig scharf an der Vorderseite. Deshalb kann man beim Florian selber auf der Seite hier diese Blades dazukaufen. Habe ich dann jetzt auch erstmal eine vernünftige Bestellung gemacht. So sieht das Ganze dann aus. Und damit kann man hervorragend von innen über die Scheiben gehen und, ich sage jetzt mal, hartnäckigen Schmutz entfernen. Das ist eine Sache. Damit kann man über die Scheiben gehen, damit kann man auch über den Boden gehen. Grundsätzlich ist das machbar. Nicht weiter schlimm. Wir haben dann auch noch, ich sage mal, für größere Flächen hätten wir hier noch so eine Art Wischmopp. Da gibt es auch Ersatzaufsätze für. Den muss ich übrigens mal reinigen. Wie ihr seht, der ist nicht gerade sauber im Moment. Aber damit habe ich die Rückwand in der Regel gemacht, weil es damit einfacher geht. Wenn ich die Rückwand mal längere Zeit jetzt nicht gemacht habe, dann sieht man das im Prinzip von vorne eher weniger. Aber wenn ich seitlich reinschaue, dann hat man wie so einen braunen Belag hinten auf der Scheibe. Blende ich euch hier und da dann auch mal kurz eben ein. Wenn ich noch ein paar Stellen vergessen habe, die zeige ich euch dann. Und damit kann man dann, ich sage mal, an die Stellen drankommen in Verbindung hier mit diesem Schaber, um an die hinteren Bereiche dran zu kommen. Oder vielleicht auch den Boden. Ganz wichtig ist, wenn man, so wie ich das im Moment hier habe, immer noch ein paar Kleinigkeiten vom Sand im Becken drin hat. Und den kriegt man im Moment noch nie hundertprozentig raus, weil der da an meinem Gestein dran hing. Dann kann es schon mal sein, dass hier in diese Löcher sich Sand reinsetzt. Also, vor dem Einsatz an den sichtbaren Scheiben drauf gucken. Ganz wichtig. Weil da kann man sich ganz schnell, ganz heftig Kratzer reinholen. Ist eine Sache, die kann schnell passieren. So, aber ich sage jetzt mal, für den normalen Schmutz, innen, außen, gibt es im Prinzip noch eine andere Möglichkeit. Ich habe hier von AquaBi Kurve den ganz normalen Kurvemagneten. Und ihr seht, hier ist Watte drauf. Einmal Innen Watte und einmal Außen Watte. Hier ist zwar eine sehr feine Schicht drauf, aber die Watte ist nochmal sehr viel weicher als dieses Vlies. Und damit kann ich im Prinzip hingehen und auch den normalen, tagesanfälligen Schmutz entfernen. Praktisch an der ganzen Sache hier bei dem Kurve ist, dass das hier ein Floaty ist. Und zudem sieht ja natürlich auch noch hier das Holz dann dementsprechend auch richtig geil aus. Also, ja, mit der Watte in Verbindung, naja, nicht ganz so hübsch. Aber die Watte ist im Prinzip dafür da, um, ich sage jetzt mal, einen noch größeren Puffer herzustellen, um Material, was gegebenenfalls auf der Scheibe sein könnte oder aufgewirbelt wird, nicht direkt zwischen den Magneten zu bringen. Ganz wichtig, man muss immer darauf achten, dass nichts auf der Scheibe drauf ist. Schnecke etc. pp. kann ganz schnell mal dazwischen kommen. Und dann habt ihr einen Kratzer drin und dann sieht die Sache unschön aus. Von daher, ja, Reinigungsaufwand hier für dieses Becken. Wenn ich jetzt mal drei Tage tatsächlich nichts getan habe, oder vier Tage, sagen wir jetzt mal, war der letzte Intervall, dann sah es schon etwas, ich sage mal, etwas dreckiger aus, was allerdings tatsächlich nicht so wirklich auffällt. Da liegt man ungefähr bei einer Stunde, sage ich jetzt mal, so grob. Frontscheibe sauber machen, Seitenscheibe sauber machen, Heerheckscheibe sauber machen, die Kopfscheibe sauber machen und dann geht es anschließend an den Bodengrund. Wie gesagt, beim Bodengrund hat sich hier diese Acrylklinge, richtige Acrylklinge, wirklich gut bewährt. Das lässt sich hier mit diesem Kratzer hervorragend machen. Man muss natürlich darauf achten, dass hier einige Korallen bewegt werden können. Das ist ganz wichtig, wie die hier vorne liegen, die müssen bewegt werden, weil ansonsten kriegt man nicht alles sauber. Heißt aber im Umkehrschluss auch, sie können nicht auf dem Boden festwachsen. Also, das ist ein Für und Wider, aber im Endeffekt halte ich damit den Boden clean und kann ohne Probleme die weitere schöne Optik genießen. Des Weiteren habe ich auch vom, das Ding mit der Watte habe ich übrigens hier vom Thomas Loch, der mir unter anderem gesagt hat, wenn ich die Frontscheibe von außen sauber machen möchte, einfache Sache, Krepppapier nehmen, Osmosewasser nehmen, schön nass das Ganze drüber und anschließend wieder mit Krepppapier drüber gehen, hat er mir gesagt. Ich habe mir dafür Mikrofasertücher geholt, die extrem weich sind und extrem saugstark und habe die dann hier im Prinzip zum Trockenmachen, nämlich zwei Tücher, die dann im Endeffekt nacheinander eingesetzt werden und dann das Osmosewasser aufnehmen und danach ist die Scheibe dann in der Front auch sauber. Also eine Stunde müsst ihr definitiv an Reinigungsarbeiten nur oben für das nackte Becken mitrechnen. Und ich denke mal, ja, ich hoffe, ich habe eure Frage diesbezüglich zum Thema Reinigungsaufwand gut beantwortet. Und es kam noch die Frage, was mache ich gegen Kratzer? Ja, es gibt ein Gerät, einen Unterwasserschleifer. Da muss ich nochmal Rücksprache mit Florian halten, ob wir das Ding vielleicht nicht mehr vorstellen können. Dieses Gerät ist in Verbindung mit der Firma Panterei entwickelt worden. Und damit kann man tatsächlich unter Wasser im laufenden Betrieb im Becken Kratzer in so einem Acrylbecken aus der Scheibe entfernen. Wie das genau funktioniert oder wie das Gerät aussieht, ich versuche euch ein Bild einzublenden. Entschuldigung. Und ich werde da mal Rücksprache mit Florian halten, ob wir da nicht vielleicht eine Vorstellung machen können. Ja, das zu den Fragen, die eurerseits entstanden sind. Wie läuft es bisher in dem Becken? Eigentlich läuft es ziemlich gut. Der KH ist stabil. Das Becken hat fast unterbrechungsfrei weitergemacht an der Stelle, wo es aufgehört hat. Ich habe den KH überhaupt nicht großartig nachregeln müssen. Und dadurch, dass ich keinen Bodengrund drin habe, keinen Sand drin habe, habe ich jetzt auch keine Phosphat- oder Nährstoffverschiebung hier in diesem Becken. Weil die bestehende Biologie ist in meinen Steinen. Und die Steine waren sauber unter Wasser gelagert. Also konnten sie dementsprechend auch ohne Probleme ihre Funktion mit dem gleichen Wasser ja weitermachen. Und das haben sie, weil sie im Vorfeld auch schon das neue Licht drüber hatten. Da war auch keine Umstellung. Also die Umgewöhnungsphase hier in dieses Becken war ganz minimal. Und das finde ich schon mal klasse. Ich habe natürlich hier im Moment eine kleine Einfahrphase in Bezug auf Algen. Ich habe braune Belege auf dem Boden, die sich bilden. Das ist aber normal. Das ist nicht weiter schlimm. Da habe ich kein Problem mit. Das beeinträchtigt auch in keinster Weise meine Korallen. Das Einzige, was ich tatsächlich machen muss, ist, ich muss mittlerweile zudosieren an Phosphat und Stickstoff. Beim Stickstoff, das ist mir jetzt letztens erst aufgefallen, dass hier und da so ein paar Korallen ein kleines bisschen blasser werden. Und sobald die blasser werden, ja, fehlt da definitiv Stickstoff. Weil am Phosphat kann es nicht liegen. Der liegt momentan schön stabil. Habe ich den bei 0,08. Letzte Messung heute Morgen. Der Stickstoff, beziehungsweise das Nitrat, habe ich gemessen bei Charmanten 50 wieder. Letzte ICP lag das Nitrat bei 57, ist also ein Stückchen nach unten gegangen. Also auch wieder Faktor Bodengrund. Auch da hast du recht gehabt, Thomas, dass das Ganze einfacher ist und besser zu kontrollieren. Ich bin mal gespannt, ob sich das weiter abbaut oder ob ich durch, ich sage es mal, größere Wasserwechsel das Ganze hier ändern muss. Was euch vielleicht aufgefallen ist, linke Seite ist eine neue Pumpe eingezogen oder eine andere Pumpe. Ich selber habe einen Schaden verursacht an der bestehenden Aquamedic Smart Rift, die ich da drin hatte. Und zwar war die Kabelführung an der Ocean Motion falsch. Dadurch, dass ich jetzt hier oben eine andere Halterung habe, musste ich auch die Kabelführung ändern. Das ist hier bei der Pumpe, an dieser Pumpe ist das tatsächlich der Fall. Das habe ich, aus welchem Grund auch immer, da schon richtig gemacht gehabt. Bloß an der anderen Pumpe nicht. Da hat sich das Kabel unten immer bewegen können, direkt an der Pumpe. Und das ist eine Sache, die nicht sein darf. Und dadurch hat die dann jetzt einen Wackelkontakt gekriegt. Und dieser Wackelkontakt ist nicht mehr zu beheben. Bin ich aber auch nicht ganz böse drum. Natürlich, schade um die Pumpe, keine Frage. Aber ich kann 60-55 dort hinten laufen. Und die hat einen, ich sage jetzt mal, konzentrierteren, gerichteteren Strahl, den ich besser übers Rift schicken kann. Und hier hinten habe ich eine schöne breite, weiche Strömung, die, ich sage mal, den Bereich hier gut abdeckt. Aber von da hinten ist es so, dass die Strömung dann hier zielgerichteter über das Rift drüber geschickt werden kann. Und beide Pumpen machen jetzt eine sehr, sehr gute Arbeit. Und ja, ich beobachte es mal weiter. Und ja, um die Pumpe ist es natürlich schade. Wie gesagt, muss ich den Controller hier unten noch ausbauen und den anderen Formen schön da unten einbringen, damit es auch alles hübsch aussieht. Womit wir zum nächsten Punkt kämen, da unten sieht es nicht mehr ganz so hübsch aus, wie es mal war. Ja, ja, ihr seht, es sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus, aber es hat sich definitiv was geändert. Ich nehme mal hier, die Klinge habe ich übrigens rausgenommen, liegt hier schön sauber auf dem Tisch. Es haben sich ein paar Sachen geändert. Und zwar, ich habe ja hier unten 1, 2, 3, das ist die X3. Aber ihr seht, Essentials 1, Essentials 2, das Nutrien N und hier vorne haben wir das Nutrien P, beziehungsweise umgekehrt, sind schon 4 Sachen, die ich dosiert haben muss. Also blieb mir leider Gottes erstmal nichts anderes übrig, als meine alte Aquamedic auszupacken, die hier mit reinzuhängen und darüber noch einen Kanal zu nutzen. Ob ich jetzt noch eine zusätzliche Pumpe kaufe oder nicht, weiß ich noch nicht. Von daher habe ich hier die Evo 4 von Aquamedic wieder reingehangen und darüber dosiere ich dann halt das Nutrien N, also sprich meinen Stickstoff, direkt hinten in die Förderkammer rein. Was haben wir noch? Wir haben hier den Salinity Guardian. Links daneben haben wir eine Temperaturanzeige. Hier vorliegt das Steuergerät für die Evo 4. Die habe ich einfach draufgelegt und hier unten die Kanister, die hatte ich auch geändert. Da war ja eigentlich mal ein formschöner Behälter, der eigentlich auch farbtechnisch da schön hingepasst hat. Hatte einen entscheidenden Nachteil, der war entweder nicht hundertprozentig gereinigt. Ich habe mich noch nicht getraut, den wieder in Betrieb zu nehmen. Bei den Essentials 1 war es der Fall, dass sich da unten Kristalle gebildet haben und diese Kristalle führten dazu, dass das Ansaugrohr sich verstopft hat. Und somit habe ich gesagt, okay, ich gehe zu den Originalbehältern erstmal zurück. Sieht ja auch nicht so schlecht aus. Dann habe ich hier hinten schön hinter versteckt die Kalibrierflüssigkeiten da stehen und dann liegt hinten weiter ein Handtuch, was ich grundsätzlich immer brauche. Jetzt hat sich die Anlage gelöst, die ihr gesehen habt. Die wackelt, die habe ich nämlich oben nur da hingehangen. Ja, und einige Sachen, wie zum Beispiel da hinten ist ein Behälter, da ist Osmosewasser drin, also sprich das Osmosewasser, um die Scheiben zu reinigen von außen. Das sind alles so Sachen, die müssen ja irgendwo hin und machen dann die Gesamtoptik halt ein kleines bisschen, ja, spielen es runter. Also nicht mehr ganz so hübsch wie am Anfang, aber trotzdem immer noch funktional und so wird es im Endeffekt auch bleiben, denke ich mal. Ja, dann hatte ich jetzt neulich ein kleines Problem gehabt hier mit dem KH-Keeper. Da gab es ja ein Update und dieses Update hat bei mir dazu geführt, dass mein KH erstmal ab in den Keller gezeigt wurde. Also sprich, es waren tatsächlich 7,5 und es wurden aber nur 7,0 angezeigt. Die Überprüfung des Gerätes hat ergeben, dass alles hundertprozentig eingestellt war. Also sprich, die Sonde war in Ordnung, der Genauigkeitstest bei 4 und 7 war spitz auf Knopf. Die Pumpen haben genau gestimmt, von daher muss ich dann jetzt einen Korrekturwert bei dem Gerät einstellen, was ich nicht so witzig finde, Korrekturwert von 0,4 nach diesem Update. Aber okay, wenn sie was geändert haben, ja, sie haben ja dann im Endeffekt bei Facebook auch irgendwo gesagt, überprüft eure Geräte nach dem Update. Ja, aber was im Endeffekt passieren kann, wäre schön gewesen, wenn das, ja, gesagt geworden wäre, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja, gehen wir weiter nach links zur Box hin. Da hat sich eigentlich nicht wirklich viel verändert. Der Abschäumer tut sein Ding, wie ihr seht. Er holt schöne, stinkende, dunkle Mocke raus. Der Wirbelbettfilter, den ich vom Thomas gekriegt habe, den er mir gebaut hat, macht auch sein Ding. Funktioniert beides wunderbar. Bypass über, also die beiden Bypässe an sich, das hat auch bisher keine Probleme gemacht. Ich habe den Wasserstand erhöht, wie ihr seht. Der hat jetzt hier nur noch, ja, so knapp einen halben Zentimeter. Etwas mehr wie ein halber Zentimeter ist das. Ich habe andere Kämme oben eingesetzt. Das funktionierte wunderbar. Ich habe auch keine großartigen Plätschergeräusche. Das ist also auch sehr schön. Das ist auch, wie das Becken hier sowieso ist, sehr, sehr ruhig. Und da hört man wirklich alles. Jede Kleinigkeit, die dann irgendwie anders ist. Heute Morgen war es zum Beispiel so, ich habe tatsächlich Täubchenschnecken im Technikbecken gehabt. Und die hatten sich in den Abschammer reingesetzt. Oder eine hatte sich in den Abschammer reingesetzt. Und das hat man gehört. Das habe ich sofort gehört. Normalerweise hört man sowas überhaupt nicht, weil alles andere lauter ist. Aber hier in diesem Becken, das ist akustisch dadurch, dass wir jetzt entsprechende Verrohrungen genommen haben. Entsprechend die entsprechende Pumpe drin ist. Und keine zusätzlichen Pumpen im Moment laufen. Ich habe auch auf die Umrührpumpe unten beim Abschammer verzichtet. Aus dem einfachen Grund, weil dort unten, da wo der Abschammer sein Wasser rausbringt, an der Rückseite, da habe ich auch die Dosierpunkte. Das heißt, da hinten ist bewegtes Wasser. Das heißt, da muss ich nicht rühren. Das Einzige, was halt ist, blende ich auch gleich mal kurz ein, ist, es sammelt sich natürlich hier und da Dreck an. Klar, logisch. Das muss man dann regelmäßig sauber machen, aufsaugen und dann geht das auch den Gang, den es gehen soll. Kommen wir zum nächsten Teil. Ja, dann kamen einige Fragen zur Box selber. Die Box selber macht ihren Job. Die ist formschön, die funktioniert, die macht ihr Ding. Wir haben hinten eine Kammer, beziehungsweise direkt hinter der Beruhigungskammer ist ein Bereich, wo gefiltert werden soll. Da wurde ich gefragt, passt der und der Filter rein, beziehungsweise der und der Fließfilter. Die Kammer hat entsprechende Maße, die ich euch jetzt mit einblende. Da könnt ihr dann im Prinzip dran ersehen, ob euer Fließfilter, den ihr einsetzen wollt, da reinpasst oder nicht. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich hier keine weitere aktive Filterung mehr einsetzen werde. Ich habe das Ganze auf ein Minimum reduziert und dabei soll es dann im Endeffekt auch bleiben. Zum Licht. Seht ihr bestimmt im Bild, dass es auf der linken Seite etwas dunkler ist und anders ausschaut, als wie auf der rechten Seite. Hat damit zu tun, ich habe ganz hinten meine LPS stehen, meine Euphilien. Die sind da hinten an der Stelle konzentriert und dort fahre ich auch tatsächlich ein anderes Programm. Dieses Programm dort hinten, das ist ein ganz normales LPS-Programm. Es ist knapp um 5% von der Lichtintensität her runtergedimmt. Gesamt habe ich jetzt hier einen Stromverbrauch von knappen 210 Watt. Bei einer Lichtintensität hier oben ungefähr in der Höhe von 550 Paar. Und weitere Paarwerte kann ich euch mal mit einblenden, die dann etwas tiefer sind. Fakt ist, meine Korallen hier vorne, beziehungsweise hinten auch die Konfetti, die haben sich sehr schnell hier an dieses Becken akklimatisiert und sind gerade auch wirklich richtig, richtig am schieben. Also, meine ICP, die ich gekriegt habe, die lag bei 93%, das war schon mal sehr gut. Das meiste, was mir die Prozente versaut hat, waren meine Nitratwerte. Ein bisschen wenig Jod, normal bei einem recht lichtintensiven Becken, da muss man das Jod ein bisschen nachdosieren. Wird übrigens nicht über die Kohle rausgezogen. Das hat jetzt mittlerweile, ist das mal rausgefunden worden, dass Aktivkohle kein Jod zieht. Also, das Jod geht, wird übers Licht zersetzt, beziehungsweise je mehr Licht drin ist, desto mehr Jodverbrauch habt ihr auch. Es zerfällt und, und, und. Wie es genau ist, kommen wir irgendwann noch zu. Dann werde ich noch detailliert mal ein Video zu machen, warum es halt wie so. Ja, es wächst alles, es gedeiht alles. Die Fische sind zufrieden, gesund, sind ruhig. Sie haben ausreichend Platz hier zum Schwimmen. Ihr seht, selbst Doktoren, die schwimmen alle schön friedlich durch die Gegend. Mein Japonicus hier sieht sehr viel besser aus. Der hat mittlerweile weniger Stresspünktchen in dem anderen Becken, wurde es tatsächlich ein bisschen eng für ihn. Das wäre kurz davor gewesen, aber dadurch, dass er jetzt so eine schöne, große Schwimmfläche hier hat, hat er ausreichend Platz, den anderen aus dem Weg zu gehen. Die gehen ihm nicht wirklich auf die Nerven und somit ist er sehr viel ruhiger und, ja, hat weniger Stresspusteln. Ja, wo wir gerade bei der Beleuchtung waren, ich versuche das gleich mal mit einzublenden, aber es ist eine recht geile Sache. Wenn man abends hier reinkommt und dieses Becken, da das etwas tiefer ist, sieht man ja hier oben diesen Rand. Und hier in diesem Rand obendrauf spiegeln sich die LEDs. Im vorderen Bereich und im hinteren Bereich. So sieht das aus, als wenn dieses Becken hier tatsächlich rundherum noch eine zusätzliche LED-Leiste hätte. Ist schon recht krass. Ich versuche das mal einzufangen. Aber das ist, ja, recht hübsch, sage ich es mal. Von der Optik her, Thema Blau schalte ich jetzt gleich mal um und dann schauen wir uns das Ganze mal unter Blau an. Dann gucke ich mal, dass ich gleich einen Orangefilter draufsetze, damit ihr mal seht, wie das Becken dann tatsächlich unter Orangefilter aussieht. Ist schon recht heftig. Die Lampen sind echt genial. Haben tatsächlich hier eine Tagesmaximaltemperatur von 32, 33 Grad. Also hier die beiden, die etwas höhere Leistung fahren, sind so auf 33 Grad. Hinten die eine läuft auf 29 Grad. Und wo wir dann gerade schon bei der Temperatur sind, ich habe oben natürlich auch, wie ihr auf der linken Seite seht, habe ich meinen Lüfter wieder verbaut. Da habe ich wieder Halterungen umbauen müssen, weil sie ja dementsprechend hier reingreifen und nicht mehr oben aufgesetzt werden können. Und den habe ich dann tatsächlich mit meinem Thermocontrol gekoppelt und das funktioniert ziemlich gut. Ich hatte hier maximal 26,5 Grad. Das hat der Lüfter hinten sehr, sehr gut gehalten, als es jetzt so warm war. Natürlich ist hier im Raum jetzt noch nicht so viel Hitze drin gewesen, also sprich, dass es in den Wänden hängt. Im Hochsommer wird die Sache vielleicht etwas interessanter, aber ich denke mal, dann werde ich noch einen zweiten Lüfter hinzusetzen müssen. So, hier haben wir jetzt dann einmal auf Abend umgeschaltet. Also die Straton, die bringt richtig schöne Farben rein. Der Kringleffekt hier auf dem Boden ist sehr, sehr geil. Ich mache da gleich auch noch Nahaufnahmen von. Aber was ich jetzt auf jeden Fall erstmal mache, ist euch die Brille aufsetzen. Ich habe nämlich jetzt gerade den Clip nicht gefunden. Also daher gibt es erstmal die Brille und dann blende ich mich mal aus und gehe mal so ein kleines bisschen näher aufs Becken. So, dann jetzt mal das Ganze mit Blau und ihr seht, das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Also wenn ich mir das hier so anschaue, das ist echt genial. Die Farben kommen ziemlich gut rüber und ich sage mal, die Ausfärbung der Korallen sind noch nicht hundertprozentig. Aber definitiv ist es richtig, richtig schön anzusehen. Das kommt, glaube ich, auf dem Video noch nicht ganz so knallig. Aber ich denke, ich werde noch mal ein anderes machen, was ich euch einblende. Und von daher, ja. Ja, Leute, alles in allem, ihr seht, der Tank, so wie er hier steht, steht richtig, richtig gut. Es ist auch wirklich, ja, aus welchem Grund auch immer, nicht wirklich viel Arbeit. Natürlich, klar, der Sand, also Arbeit in Bezug auf Nachmessen, Nachkontrollieren und Ähnliches, um meine Werte zu halten. Und das meine ich. Arbeit natürlich, klar, das Reinigen der Akkulscheibe bringt viel Arbeit mit sich. Und man muss natürlich darauf schauen, dass es im Endeffekt auch vernünftig und sauber gemacht wird. Also im besoffenen Kopf sollte man das nicht machen. Ansonsten kann man direkt von innen seine Initialien eingravieren. Also da ist definitiv Vorsicht gefragt. Aber alles in allem lief und läuft dieser Tank hier sehr stabil. Meine Werte sind auch ziemlich gut. Und ja, die Korallen danken es mir, so wie es ausschaut. Nach dem kleinen Auf und Ab hier mit dem KH-Keeper konnte man direkt schon sehen, ja, ist nicht ganz so toll gewesen. Da haben so einige LPS gesagt, mag ich nicht. Das konnte ich da direkt sehen, dass irgendwas tatsächlich nicht stimmt. Aber alles in allem, ja, er läuft, er funktioniert. Und da bin ich äußerst glücklich drüber, weil ich nämlich in 14 Tagen in den Urlaub fahre. Und dass es jetzt tatsächlich so stabil ist und so stabil bleibt im Moment, ist natürlich eine wunderschöne Sache. Nimmt mir so einiges an Arbeit schon mal ab, beziehungsweise Sorgen ab, die ich im Vorfeld hatte. Und da muss ich auch noch ein großes Dankeschön generell nochmal an den Florian raushauen, dass das mit dem Becken so frühzeitig funktioniert hat. Ihr seht selber, der Tank ist sowas von genial geworden. Das ist schon mal saubere Arbeit und dass ich den halt im Vorfeld haben durfte, vor dem besprochenen Termin auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön. Des Weiteren natürlich die Firma ATI, Herr Oliver Pritzel, der es möglich gemacht hat, dass das hier mit den Lampen so funktioniert hat, dass ich die auch im Vorfeld schon haben konnte, mir bei ihm kaufen konnte. Und was ich auch ganz erwähnenswert finde, ist natürlich auch die Firma Aquabi, die mir netterweise vor der Veröffentlichung die Easybox hat geben können, damit ich euch die A vorstelle und das hier dann in dieses Gesamtkonzept reinpasst. Alles in allem, muss ich euch sagen, und sage es hier jetzt auch nochmal, ich habe es im Live auch schon gesagt, alles das, was ihr hier seht und was ich hier stehen habe, ist bezahlt. Das heißt, ich habe hier nichts gesponsert gekriegt, beziehungsweise es ist natürlich ein kleines bisschen günstiger für mich gewesen, aber Fakt ist, ich habe es bezahlt. Damit hier keiner sagt, der kriegt hier ein Becken von 4.500 Euro vom Florian oder Lampen von 3.600 Euro von ATI oder so, es ist definitiv alles bezahlt. Darauf bestehe ich, dass ihr das nochmal zu hören kriegt von mir, weil es kursiert ja immer grundsätzlich, ja, der kriegt das gesponsert, der kriegt das gesponsert, der kriegt das gesponsert. Nein, will ich auch gar nicht. Aus einem ganz einfachen Grund, dann kann mir nämlich keiner nachsagen, wenn ich dann nach einer gewissen Zeit irgendwas nicht mehr möchte und das veräußere, dann heißt es, ja, guck mal, der verkauft ja schon wieder sein gesponsertes Material. Ich habe es gekauft. Also, ja, alles in allem würde ich sagen, wir werden spätestens nach dem Urlaub, werde ich mich bezüglich dieses Beckens nochmal melden oder wieder melden, wie das Ganze alles funktioniert hat, wie es ausschaut und ich würde sagen, wir machen nochmal einen kleinen Rundflug durchs Becken, übers Becken, durch die Technik etc. Ich zeige nochmal alles. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Und, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Weiber. Ciao. Ich zähle auf euch. Ich zähle auf euch. Ich zähle auf euch. Ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.